Freiheit Der Ruf nach Freiheit schlägt in jeder Brust. Sie ist unser höchstes Gut. Frei zu sein heißt, dass du nichts musst, sie zu leben. Er fordert viel Mut. Wahre Freiheit fängt im Geiste an, sich zu lösen von den geistigen Ketten. Sie gilt für jede Frau und für jeden Mann. Nur die Erkenntnis kann uns daraus retten. Freiheit bedeutet aufrecht zu stehen, im tiefen Vertrauen an dich selbst und den göttlichen Plan. Tapfer den Weg deines Herzens zu gehen, souverän, Schritt für Schritt voran. Freiheit ist unser gottgegebenes Gut. Niemand hat das Recht, sie zu entziehen. Drum gehe ich in Liebe und nicht in der Wut. Doch werde ich für niemanden mehr knien. Tief in mir schlägt auch das Herz unsere Ahnen für unsere Kinder und Mutter Erde. Solange ich lebe, werde ich mir den Weg der Freiheit anbahnen, bis ich in das göttliche Licht zurückkehren werde. Auch in dir, ruf dieser Adler der Freiheit. Drum lasst uns einstehen füreinander und fliegen. Jetzt ist die Zeit.